Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Um richtig Teigwaren zu geniessen, müssen Sie nicht unbedingt ins Süden fahren. Denn die Vielfalt an Sorten und Formen gibt es auch in Ihrem Co-Bladen. Ein Vorteil der Galafrisch-Eier-Teigwaren ist die grosse Auswahl. Aber auch die Qualität wird bei Co-B gross geschrieben. Die Qualität beginnt bei den Rohstoffen. Für die Herstellung der Galafrisch-Eier-Teigwaren braucht Co-B ausschliesslich das beste Spezial-Hartweizengris. Und für die Produktion werden natürlich auch noch viele Eier verwendet. Für eine Tagetproduktion braucht Co-B über 100'000 Eier. Und dieser grosse Ei-Anteil, der gibt den Galafrisch-Eier-Teigwaren nicht nur die schöne geile Farbe, sondern auch noch den höcheren Nährwert. Wichtig ist aber auch die Verarbeitung selber. Co-B hat eine eigene Teigwarenfabrik, die mit grösster Sorgfalt und nach den modernsten Methoden die Galafrisch-Eier-Teigwaren hergestellt werden. Und jetzt noch etwas zum Aufbewahren. Die Galafrisch-Eier-Teigwaren kann man mindestens ein Jahr lang lagern. Sie sind also sehr ideal als Vorrat. Und auf jeder Packung ist das letzte Verbrauchsdatum genau angegeben. Gerade jetzt kann man bei Co-B alle die Galafrisch-Eier-Teigwaren sehr günstig einkaufen. Ein Creme-Bad, eine besonders milde Seife oder eine sanfte Body-Lotion, das behaltet eine Geschmeidigkeit von ihrer Haut. Und mit dem dezenten Duft eines Deo-Parfums oder eines Eau de Toilette fühlt man sich den ganzen Tag frisch und gepflegt. Co-B bietet Ihnen auch hier alles zu gewohnt günstigen Preisen. Sibone, die alkalifreie Hautpflege-Seife. Taiti-Dusche in zwei Duftnoten. Fénial-Creme-Bad mit kostbaren Öl. Obau, sanfte Körpermilch mit Collagen. Impulse, das faszinierende Parfum-Diodorant. Und die drei dezenten Noe de Parfum, Galice, Oriental oder Fleury. Auch wenn es um den Do-It-Yourself-Bedarf geht, sind Sie bei Co-B bestens bedient. Achtet Sie doch auf den neuen Co-B Do-It-Yourself-Prospekt für Hobbyhandwerker und Gartenfühle. Darin finden Sie wieder ein umfassendes Angebot vom Zubehör zum Verschöneren der Wohnung über Auto-Zubehör bis zu der stabilen Hobelbank. Bestellen Sie keine Heizöle, bevor Sie nicht diese Nummer eingestellt haben. 041 40 44 22. OK Coop liefert Heizöle prompt und zu den günstigsten Tagespreisen. Läuten Sie doch an, und zwar gerade jetzt. Das OK Coop Heizöle-Telefon ist besetzt bis zum Abend am 10. Coop sorgt immer wieder für neue attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Das Lausen im Kanton Basel-Land wird morgen ein neues Coop-Center eröffnet. So, und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Die Zeebeln brauchen wir meistens zum Würzen. Dass man daraus aber ein ganzes Gericht machen kann, das zeige ich Ihnen jetzt an einem Beispiel. Wir brauchen dazu vier grosse Zeebeln, Hackfleisch, Speckwürfeli, Eier, Brot, Anken und Gewürze. Die Zeebeln haben wir in der kochigen Salzwasser blanchiert und das Herz rausgeschnitten. Aus dem Hackfleisch, den Speckwürfeli, am Brot, den Eiern und den restlichen Zutaten haben wir eine Füllung gemacht, die wir jetzt in die Zeebeln verteilen. Überall noch ein Ankenflöckchen drauf und dann ab in den Ofen. Wir machen die gefüllten Zeebeln, bei mittlerer Hitze etwa 45 Minuten und servieren sie dann heiss zu einem trockenen Reis oder kalt zu einem Salat. Probieren lohnt sich. Das Rezept steht ja in der Coop-Zeitung. Eine gute. So, das wäre es gewesen. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gehen und noch einen schönen Abend. Ja, und was Sie noch bei Coop günstig einkaufen können, das zeigen wir jetzt in den Aktionen. Bei Coop gibt es Dekorationskerzen besonders günstig. Eine Packung in verschiedenen Farben kostet nur 5 Franken. Eine Topfpflanze Erika Grazilis nur 63. Das aktuelle Angebot vom Coop-Fotoservice. Alle Erstbestellungen von Farbkopien, Standard und Extragross gibt es jetzt für 50 Rappen. Bis am nächsten Zistag gibt es bei Coop zwei Becher Plantamargarine statt 3,80 jetzt nur 3,30. Zwei Becher Minarine, Plantaminus-Galorie statt 3,50 jetzt nur 2,95. Zwei Paar Landjäger statt 2,95 nur 2,20. Schweizer Raclette-Käse in Schieben per 100 Gramm statt 1,84 nur 1,54. In Blöck per 100 Gramm statt 1,66 nur 1,39. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coop-Himbeersirup 1 Liter statt 3,50 nur 2,90. Inländische Kopfsalate per Stück nur 60 Rappen. Auf Wiedersehen!